Herzlich Willkommen an diesem 8. Dezember. Wir sind bei Türchen Nr. 8 und das ist heute dieses. Sehr schön. Gute Sachen. Das war Türchen Nr. 8. Ich würde sagen, ich mache mir gleich was zu essen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und bis morgen, bis Türchen Nr. 9.